Guck mal hier, wir werden hier die ganze Zeit von diesen Mäusen hier belästigt. Die Nerven, die Nerven uns die ganze Zeit. So, wir sind aufgewacht und wir wurden die ganze Nacht über von irgendwelchen Zügen genervt. Und dann zwischenzeitlich wurden wir von Mäusen genervt, die haben hier versucht, meine ganzen Sachen hier aufzufressen, die hier noch rumliegen. Und am Ende wurden wir von Menschen genervt, weil die hier vorbeigelaufen sind. Das hat richtig gestört. Das war voll bescheuert. Das war geil.